willkommen zu einer neuen folge pokémon go und was ist bloß heute los ihr habt es sicherlich schon gesehen sabrina hat schon ein video veröffentlicht spiele trend hat auch ein video veröffentlicht und ich hatte gerade noch besuch der gute extremer nämlich da wir haben noch ein paar baby pokemon getradet damit er auch die endlich abgehakt hat im lucky dex ich habe gesagt ich habe schon alles voll im lucky dex aber jetzt gibt es was richtig geniales nämlich pokémon der sechsten generation das heißt die nächsten spezialtrades also lucky glücks glückstrades kann ich wieder sinnvoller nutzen als immer zu dasselbe zu tauschen was man eh schon hat aber nicht nur das heute sollte ja eigentlich auch die raider mittwoch folge kommen habe ich schon gesagt verschieben wir auf morgen da heute so viel los ist und wir auch noch ein tutorial rausgehauen haben und eben noch ein anderes video ich weiß schon gar nicht mehr was und die raid mania ist ja dann auch noch deswegen wir gucken jetzt direkt hier drauf go games hat wie ihr hier seht auch jetzt noch einen artikel rausgehauen wir haben jetzt den wieder von pokfans.net go beyond pokémon der sechsten generation trainer level 50 und weitere massive updates also ende des jahres wird es noch mal richtig heiß bei nientik und ihr werdet auch richtig heiß euch wird richtig warm sagen wir mal so ein großes lange erwartetes update wurde so eben für pokémon go angekündigt einige neuerungen erwarten uns unter dem motto go beyond darunter die erhöhung des maximalen trainer levels und auftreten erster pokémon aus der sechsten generation jedes mal in der raid mania wenn ich ein glücksei an habe kommt die frage auf hä wieso machst du eigentlich ein glücksei an du bist doch schon level 40 und pupsi hat das auch letztens noch mal erklärt dass ja irgendwann vielleicht die level erhöhung kommt und es da wohl sinnvoll ist wenn man trotzdem weiterhin punkte gesammelt hat beziehungsweise wenn wie bei einer raid mania dir die punkte sowieso so hinterher geworfen werden oder beim seaday die level aufstiege um 11 uhr du ein glücksei anmachst wenn du sowieso mit vielen so hüberfreunden besten freunden aufsteigst dann nimmt man das eben mit mit einem glücksei schaden kann es ja nicht es muss keiner es wird nicht dazu gezwungen trotzdem wir gucken uns das jetzt mal hier an hier scheint auch ein kleines video zu sein das werden wir jetzt auch mal abspielen toll da haben sie nicht zu viel versprochen also das auf jeden fall wirklich ein kleines video und hey guckt mal wenn man das abspielt dann sieht man hier auf einmal rams ist der dicke und hier nochmal rams ist der dicke und hier spieletrend sabrina spieletrend schilling plus zwei spieletrend videos ein schilling plus video damit hat spieletrend gewonnen weil er hat halt einfach drei videos da auch wenn es von zwei verschiedenen kanälen sind rams ist trotzdem mit zwei videos da und sabrina mit einem video ihr habt die ganze elite zusammen versammelt besser geht's doch nicht oder was für ein zufall gut der trailer wenn man das so nennen will trailer hat jetzt nicht wirklich was ausgesagt mir ist das ja alles zu dunkel gerade ich muss mir mal kurz wieder nackig machen der trailer hat jetzt nicht wirklich was ausgesagt war eigentlich unscheinbar da habe ich mir jetzt mehr erhofft aber was steht denn da pokémon der sechsten generation erste pokémon aus der sechsten generation die in der carlos region spielt sind ab dem zweiten dezember verfügbar markiert euch das direkt mal in euren kalender ist da irgendwas anderes zweiter das müsste also ein mittwoch sein der zweite dezember schreibe ich mir mal hin carlos region das ist immer wichtig dass man alles im überblick hat im detail sind dies ist igamaro igastarnisch brigaron finks ruthena fenexis froxy amfissel kuai jutsus koppel kreppe daritiri nee dar daritiri nicht ratini dar ti nis fiaro leufeo pi 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 ruleo und klavion klavion erscheinen allerdings nur in frankreich warum es ist ein kontinentales kontinent frankreich fertig im rahmen eines events werden diese pokémon vom 2. bis zum 8. Dezember häufiger als üblich erscheinen außerdem soll es bald ein mysteriöses pokémon aus der raid stufe 1 schlüpfen dabei soll der raid ein besonderes ei besitzen obwohl diese meldung in einem beitrag zur sechsten generation steht klingen die hinweise nach manavi jetzt mache ich mal kurz einen neuen link auf was ist ein manavi ihr wisst ich habe keine ahnung ich kannte nur die erste generation manavi in pokémon go lädt und ist aus der vierten generation es besitzt die wundersame fähigkeit das herz eines jeden anderen pokémon anzurühren mhm ok ja wieso nicht haut es halt raus egal was es ist wird eh mitgenommen manavi ansonsten seht ihr jetzt hier die starter also von der sechsten generation das sieht was ist das ein affe ist das ein igel ist das ein sieht auf jeden fall interessant aus das sieht hier diese weiterentwicklung also dieses jetzt habe ich da drauf gedrückt da wollte ich doch gar nicht drücken hier dieses brigaron sieht glaube ich am heftigsten aus wenn man sich das so anguckt das sieht aus wie ein richtig großer brutaler transformer cyborg irgendwas äh die anderen ja ja ist okay ja ist alles dünn und radig mir gefällt so ein dicker brocken auf jeden fall am besten was ist euer lieblings starter schreibt es mal in die kommentare kennt ihr die sechste generation seid ihr damit aufgewachsen hier gibt es noch ein häschen da gibt es noch so eine ein vogel ist das ein buntspecht ein 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 löwe ein leopard was auch nochmal leo genau sieht man ja diese löwensträhne dabei und klavier und also nur aus frankreich was aussieht wie ein schlüsselbund auf jeden fall neue pokemon das wird sehr interessant und die braucht man natürlich auch wieder alle im luckydex als männliches als weibliches als schlucky also ihr wisst bescheid dann ganz wichtig was die leute ja immer bemängelt haben wegen den glückseiern erhöhung des maximalen trainerlevels auf 50 erstmals seit veröffentlichungen des spiels ist es möglich ein trainerlevel zu erreichen welches höher als 40 liegt das neue maximale trainerlevel liegt dann bei 50 ab dem 30 november werden bestimmte aktivitäten mehr ep als bisher bringen das wurde ja schon mal angekündigt und tests gab es dazu die werden dann also ausgeweitet dieses also brüten raiden ähm entwickeln fangen werfen wenn ihr einfach fabelhaft werft die zehnfache menge an punkten wie bisher üblich also das klingt auf jeden fall heftig gerade wenn sie das level erhöhen könnt ihr durch sowas noch mehr noch schnelle erfahrungspunkte auch sammeln gerade in events wo wo ja sowieso wo die glückseier länger laufen oder es noch mal mehr erfahrungspunkte gäbe ich stelle euch vor hier doppelt erfahrungspunkte für das fangen und brüten und alles dabei also euch wird schon ein bisschen geholfen sage ich mal aber die die sowieso schon weiter sind denen wird ja noch mehr geholfen die drehen dann also komplett durch alle spieler die bis zum 31. dezember level 40 erreichen erhalten einen besonderen titel die bisherige level 40 medaille und eine befristete forschung bei der man einen exklusiven garadas garados hut bekommt also ihr kriegt eine medaille dass ihr im prinzip level 40 wart schon vor dem ganzen zeug dass ihr richtig prestigemäßig richtig krasse du zeit obwohl sie das jetzt nach so einer langen zeit bringen ich meine manche sind jetzt schon 20 mal level 40 und die werden dann gleichgesetzt mit leuten die jetzt gerade so level 40 hinterher geworfen bekommen von den freundschaften viele haben ja schon gesagt level 40 ist gar nichts mehr wert trotzdem muss man es ja erstmal erreichen ich bin gespannt auf die medaille ich habe es ja gut ich bin ja schon level 40 ne deswegen kann man das mal mitnehmen eine medaille noch eine befristete forschung einen garados hut neben dem kapater hut dann auch einen garados hut von heute an bis zum 31 dezember gibt es doppelte ep für das fangen von pokémon damit mehr spieler dieses ziel erreichen können also das ist jetzt dann schon aktiv ja oder erst heute abend ich weiß es nicht also bis bis ende des jahres ihr habt jetzt also über den ganzen monat eineinhalb monate mehr ep fürs fangen der pokémon auch die level von pokémon können in zukunft offenbar über level 40 hinaus gesteigert werden das heißt dass man neue maximale wp anzahlen erreichen kann das ist unglaublich auch jetzt schon wieder ich hatte es eben auch mit dem extrem schon darüber ihr habt alles auf level 40 gepusht es war mega teuer jetzt könnt ihr die pokémon auch auf level 50 pushen es wird noch teurer wer soll das denn bezahlen ja dafür werden xl bonbons eingeführt die man für das fangen von pokémon erhält aber auch austausch mit normalen bonbons es sollte außerdem weitere wege geben diese zu erhalten um auf die level 41 bis 50 aufzusteigen muss man harte herausforderungen ähnlich zu feldforschungen jedoch mit schwierigen zielen meistern das klingt für mich auf jeden fall richtig spannend richtig genial ich war schon immer ein fan davon dass dass man auch belohnt wird dafür wenn man wirklich was gut kann und nicht dass einfach nur random alles ist deswegen die erfahrungspunkte sind von meiner seite aus her denke ich mal da für die aufstiege es geht also dann um diese aufgaben und ich bin gespannt was für aufgaben es werden was man machen muss und für viele die noch nicht level 40 sind oder die an den aufgaben scheitern das wird auf jeden fall eine sehr spannende angelegenheit im dezember gibt es befristete forschungen die beim level aufstieg bis level 40 helfen sollen also sie hauen nochmal alles raus es gab ja auch schon mal diese forschung zum durchstarten wo sie euch auch so viel erfahrungspunkte einfach hinterher geschmissen haben damit ihr einen sprung nach vorne macht jetzt machen sie sowas ähnliches wohl nochmal in australien wird nun ein test für dieses neue level system gestartet bringen sie pokemon über level 40 hinaus können sie diese aus fairness gründen nicht in der kampfliga benutzen nach dem test wird eine feedback umfrage durchgeführt damit das system für eine globale veröffentlichung optimiert werden kann da könnt ihr mal in euren listen nachgucken wer von euren freunden plötzlich schon level 50 ist dann wisst ihr dass die in australien spielen ab heute abend oder ab demnächst ansonsten gibt es dann auch neue jahreszeiten da wird auch noch einiges geändert jahreszeiten als neues feature werden die vier jahreszeiten in pokemon go eingeführt sie wechseln alle drei monate je nach jahreszeit gibt es unterschiedliche pokemon in der wildnis in raid kämpfen und in eiern die unterschiedlichen formen von sessokids erscheinen je nach jahreszeit das ist sehr schön auch die events werden auf jahreszeiten ausgerichtet also natürlich im winter ist es immer so weihnachtsevent gewesen im sommer waren alle nackt also bisher gab es theoretisch keine jahreszeiten aber man hat anhand der events eigentlich schon gemerkt welche jahreszeit ungefähr gerade da ist je nach jahreszeit erscheinen unterschiedliche mega pokemon in raids und erhalten im rahmen von events gegebenenfalls wp boosts die kampflieger wird von rang 10 auf 24 erweitert weiter die vier besten ränge erhalten zudem neue namen und ihr bekommt entsprechende medaillen wenn ihr diese erreicht mit den neuen rängen wird auch das belohnungssystem überarbeitet so dass ihr durch rangaufstiege noch exklusivere belohnungen erhaltet auch diese richten sich nach der aktuellen jahreszeit vielleicht gibt es dann mal nicht nur flemmli und gegger bohr aus der gbl belohnung sondern auch mal richtig coole pokemon die kampflieger seasons wechseln je nach jahreszeit laufen in zukunft also immer drei monate am ersten dezember beginnt die erste jahreszeit mit der festlichen jahreszeit im rahmen der drei monate soll es viele events geben außerdem wartet zum bei zum beginn der jahreszeit eine spezialforschung mit professor willow über die verschiedenen regionen auf spieler also nochmal alle bisherigen regionen zusammengefasst guckt auf die uhr es ist der 18.11.2020 ja gut dafür könnt ihr auch im kalender gucken weil das war ja jetzt keine uhrzeit aber was machen die bitteschön noch alles was hauen die jetzt noch alles raus was schmeißen die euch alles hin und das ist ja nicht mal das ist ja nicht mal ein weihnachtsevent dann weihnachten wird ja extra sicherlich auch noch was geben und das zum jahreswechsel wird es sicherlich auch noch mal was geben denke ich mir also die schmeißen jetzt noch so viele sachen raus plus freundschaftsevent auch heute abend der 18.11. ab 22 uhr startet ein freundschaftsevent zur vorbereitung auf die go beyond zeit dieses läuft bis zum 30. november es gibt mehr ep für geschenke für tauschen für raid kämpfe für arena kämpfe und für trainer kämpfe das ist natürlich schade denn es wäre richtig cool gewesen wenn zur raid mania also zur raid stunde diese raid ep schon da wären dass wenn wir dann mit glücksei raiden ordentlich mitnehmen können und schön viele punkte noch mitnehmen leider aber erst ab 22 uhr würde aber dann in der nächsten raid mania auf jeden fall eine rolle spielen in raids gibt es einen kampfbonus wenn man mit freunden zusammen kämpft es können mehr geschenke als üblich geöffnet werden normalerweise waren das ja 20 dann wurde das auf 30 erhöht in der corona zeit jetzt heißt es mehr geschenke als üblich also mehr als 20 oder mehr als 30 kann man jetzt wieder 30 öffnen kann man plötzlich 40 öffnen es wäre meistens wirklich schön wenn da richtig exakte fakten dastehen nachdem man sich richten kann aber okay wie weiter oben schon erwähnt gibt es doppelte fang ep bis zum 31 dezember also weit über dieses event heraus hinaus das klingt auf jeden fall alles sehr fett alles sehr brutal ihr müsst bei dem freundschafts event also gar nichts weiter machen außer dass ihr merkt wenn ihr irgendwie kämpft oder tauscht oder sonst was macht dass ihr halt für alles was ihr so großartig im spiel momentan macht ab heute abend mehr erfahrungspunkte äh gibt dann werdet ihr sehen wenn die einzelnen anderen events starten die saison die saisonalen saison bedingten dass andere pokemon erscheinen das kriegt ihr ja auch alles mit dieses maximallevel wird erstmal getestet in australien kommt dann zu uns das werdet ihr also auch auf jeden fall mitkriegen ansonsten haltet euch auf jeden fall den ersten dezember fest beziehungsweise den zweiten dezember haltet euch den zweiten dezember fest streicht euch das an im kalender dass da die sechste generation kommt einige pokemon davon dass es da äh ein mysteriöses pokemon aus stufe 1 raids gibt was den pokedex noch vervollständigt und weiß ich nicht ich bin gespannt ich freue mich wirklich auf diese level erweiterungen dass man auch mal wirklich sehen kann was für aufgaben sind nötig was müsst ihr machen stehe dann von einem kapitel zum nächsten gewinne 100 raids und du musst dann extra nochmal 100 raids gewinnen nur damit du das level aufsteigst oder heißt es dann werfe 500 einfach fabelhafte würfe sodass man wirklich es wirklich nur auf die skills ankommt und das nicht so pay to win ist sondern das wirklich dann an euch liegt zählen die medaillen mit rein ist was anderes gibt es andere fortschritte oder geht erst ab da wirklich das was ihr dann machen könnt was sagt ihr dazu freut ihr euch auf die level erweiterung freut ihr euch auf die sechste generation wie findet ihr das getrennte von den jahreszeiten dass andere pokemon erscheinen ich meine bisher war es so das ganze jahr über konnten immer die gleichen pokemon erscheinen aber immer wenn ein event da war gab es ja sowieso spezielle pokemon und irgendwie war ja sowieso ein event nach dem anderen man hat gar nicht mitgekriegt welche pokemon eigentlich außerhalb eines events erscheinen weil man immer in einem event war sozusagen das freundschafts event ok klingt klingt freundlich aber ist einfach nur ihr kriegt mehr ep für alles ansonsten sind wir mal gespannt was auch die forschung noch bringt die uns noch weiter vorne reinschmeißt sodass wirklich jeder der auch heute erst anfängt morgen auch schon level 40 ist und wir sind gespannt wie es noch ausgeht was pokemon go noch alles zu bieten hat nachher sehen wir uns bei der raid mania bzw. in einer stunde sehen wir uns schon bei der raid mania wenn ich eure einladungen wieder einnehme bevorzugt zu terakium weil das meiner meinung nach das coolste das stärkste das beste das nützlichste pokemon von den dreien ist und ansonsten war es das von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses und guckt euch mal hier die ganzen fleckmon quests an so das war's das war's so